Jetzt erzähl mal, warum die Piraten gewählt werden sollen. Ja, Pirat! Mon ami Pirat! Nein! Ser Räuber! Hilfe Sie ein bisschen, auch Madame Ergen. Aber Hilfe Sie auch anderen. Piraterischen. Alles für die Welt. Ja, mit Welt. Die ganze Welt. Die ganze Erde. Die helfen uns jetzt. Sie helfen das zu passen aus. Pirater. Oh! Ich liebe das. Erzähl mal, warum die Piraten gewählt werden sollen. Wir sind da ein bisschen näher. Sie sehen uns alle drei. Alle drei. Hallo. Ja. Wählt die Piraten hier. Wir wollen alle besiegen. Genau. Wir wollen, dass die Piraten gewählt werden. Und deswegen kommt alle zur Wahl. Ja. Aber warum? Weil wir einfach geil sind. Weil wir einfach geil sind. Weil wir einfach geil sind. Weil wir für Weltfrieden sind. Ja. Wir sind für Weltfrieden. Und wir wollen für jeden ein zweites Auge. Ah, mit zweites Auge. Ja. Mit zwei Auge sind wir nicht besser mit der einen. Danke. Danke.